Musik Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hoch gelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. So wollen wir jetzt miteinander den fünften Tag wieder der Hingabe-Nuvene heute Abend beten. Hier in der luftigen Kirche. Dein Wille geschehe. Siehst du aber, dass das Übel zunimmt, anstatt abzunehmen, beunruhige dich nicht. Schließ die Augen und sprich voll Vertrauen zu mir. Dein Wille geschehe. Sorge du. Und ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmere. Ich werde eingreifen wie ein Arzt. Und ich werde auch ein Wunder wirken, wenn es nötig ist. Siehst du aber, dass es dem Kranken schlechter geht. So beunruhige dich nicht. Schließ die Augen und sprich. Sorge du. Ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmere. Und dass es keine stärkere Medizin als das Eingreifen meiner Liebe gibt. Ich sorge mich nur dann darum, wenn ihr die Augen schließt. Und das wollen wir jetzt wieder miteinander machen. Dein Wille geschehe, der fünfte Tag der Novene. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. 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 Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Du und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.